Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem YouTube-Kanal und zu einem Bag, auf das die ganzen Vorbesteller sicher schon gewartet haben, zumindest ich habe darauf gewartet, und zwar das UCL-UWCL Hero Vorbesteller Bag, wo die neuen Hero Karten drin sind, wo man einen bekommt, wenn man, ich weiß nicht, bis zum 22. August oder so, glaube ich, hat man vorbestellen müssen, dass man das bekommen hat. Es hat geheißen, das Bag soll erst heute um 0 Uhr kommen, also quasi morgen um 0 Uhr, heute um 23.59 Uhr kommen, ist jetzt doch schon um 18.00 Uhr, ich glaube 18.10 Uhr habe ich reingeschaut, was da ist, 18.00 Uhr dürfte es gekommen sein, und ja, ich bin gespannt, ich bin echt gespannt, ich würde sagen, wenn euch das Ganze nicht gefällt, über einen Like, einen Kommentar und so weiter, würde ich mich riesig freuen, und bevor wir jetzt in das Bag reingehen, schauen wir mal, was wir überhaupt alles ziehen können, und dafür schauen wir ganz, ganz kurz rüber auf Footband. So, hier sind wir jetzt auf Footband, und das, was man sehen kann, sind hier die blauen Karten, und ich schaue mal, der Viali wäre super, der weiß wäre super, Futuri wäre super, also es sind richtig geile Karten dabei, was man nachher aber sieht, ist, wir sind nicht so gut auf Karten dabei, Bär war da, wäre ich nicht begeistert, ich würde wahrscheinlich probieren für ein paar Spiele, und dann SPC abgehen, oder im Verein versauen lassen, Kanu wäre natürlich totaler Abbruch, was haben wir noch, das war es mit den offensiven Mittelfeldspielern, Snyder, Snyder ist eine absolute Legende, ah, ja, 91er Rating, ich würde ihn sicher zocken, ich würde ihn ausprobieren, ist die Frage auch nicht ein bisschen zu langsam ist, auf der 10 würde ich ihn dann zocken, Dann die Kessler, die habe ich ja gestern aus dem Hero Peak bekommen, die sieht absolut stabil aus, überall 80, bloß sogar mit 90 Passen, 88 Dribbling, komplett stabil, Lippmannen, brauche ich ihn nicht, Rui Custer, also die, die was vorige Season, oder voriges FIFA, noch Icons waren, die sind beide nicht so gut, dann McMannermann, sieht stabil aus für die Seite, kann man auf jeden Fall testen, Jui Lee ist im Prinzip das gleiche wie McMannermann, die werden sich nicht viel nehmen, die zwei, der eine ist ein bisschen schneller, der hat mehr schießen, Rosicki, die alte BVP-Legende, ja, kann man, wenn man was mit einer 8 zockt, kann man den nehmen, ich glaube, auf der 6 und 10 eher nicht so gut, 10 noch eher wie auf der 6, Ramirez, ich glaube, das ist die Karte, auf die alle geiern, dann haben wir noch Beasley, muss nicht sein, und die Defender sehen, glaube ich, so ziemlich alle gut aus, bis auf Riese, den will man nicht, Riese Rasutob, Bombastore sieht auch richtig gut aus, Comedy, wahrscheinlich eine der besten IV-Karten, Scott sieht auch stabil aus, Riese, da habe ich sogar die Karte drin, mit der neuen, also da habe ich die Karte im Verein, die normale Riese Karte, da kann man sich mit der neuen Evolution, ja, im Prinzip eine bessere Karte machen, aber ja, ich glaube, ich habe genug gelabert über die Spieler, was man sehen kann, jetzt schauen wir wieder zurück und öffnen das Berg, und ich werde das Ganze, ich werde es nochmal öffnen, ich mache kein irgendwas, StatReview oder sonst, ich gehe einfach rein, komm! 3, 2, 1, aber mit der Nase, 3, 2, 1, komm, rein da, gönne, coole Flagge, gönne, was Gutes, gönne, was Gutes, genau den, was ich gesagt habe, den habe ich schon, wo ich mir eine bessere Karte draussen machen hätte können, naja, jetzt habe ich den nächsten Riese im Verein, aber mal schauen, vielleicht hätte ich ihn testen, vielleicht auch nicht, naja, schreibt es rein, was ihr so gezogen habt, mit Riese, ich bin ehrlich, wenn ich die Karte, wenn ich das Berg nicht bekommen hätte, hätte es gleich viele Auswirkungen für meinen Verein gehabt, aber ja, auf jeden Fall, wenn es das Ganze gefallen hat, über das Like, Abo, Kommentar und so weiter, würde ich mich riesig freuen, auch rein, und ciao, bis dann!